Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kellern.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über MLM Inbound Profi geschrieben welches er mit 4 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut erfährst du jetzt. Was ist Inbound Marketing? Bei diesem Kurs handelt es sich um einen Videokurs der dir zeigt wie man erfolgreich im Bereich des Multilevel Marketings wird mit Hilfe von Inbound Marketing. Bevor ich auf den Inhalt des Kurses zu sprechen komme, sollen hier die zwei großen Begriffe Inbound Marketing und Multilevel Marketing erklärt werden, damit hier wirklich jeder folgen kann. Was ist Multilevel Marketing? Beim Inbound Marketing wird davon ausgegangen, dass sich der potenzielle Kunde bereits auf der Suche nach einem Produkt befindet und nur noch das richtige Produkt finden muss. Man möchte die Aufmerksamkeit des Interessenten also durch nützliche Inhalte, die bereits im Internet existieren, erlangen, um so erst einmal Leads zu bekommen. Ein Lead ist der wertvolle Erstkontakt mit einem Besucher, wo im Optimalfall der Interessent seine E-Mail-Adresse hinterlässt. Da sich der potenzielle Kunde eh schon nach einem bestimmten Produkt umgesehen hat, soll es so einfacher sein aus dem Lead einen Zähl, also Verkauf, zu machen. Dafür werden Inhalte hochgeladen, die einen Mehrwert besitzen. Das kann auf einer eigenen Landingpage sein, auf seinem Blog oder in den ganzen Social Media Portalen wie Facebook, Zing und Co. Die Inhalte spielen also eine zentrale Rolle bei der Kundengewinnung. Inhalte können in Form von Blog-Einträgen und Artikeln, Podcasts, E-Books oder Videos ermittelt werden. Damit diese gefunden werden, ist SEO ein weiterer wichtiger Bestandteil. SEO steht für Search Engine Optimization, zu deutsch Suchmaschinenoptimierung. In den Artikeln sollten also bestimmte Wörter, also Keywords, auftauchen, die von einer Suchmaschine und damit auch von Interessenten schnell gefunden werden und ein möglichst hohes Ranking aufweisen. Auch für den Aufbau einer Landingpage gibt es gewisse Richtlinien, die man unbedingt beachten sollte. Der Kurs sieht eine vierwöchige Bearbeitung vor. Die Inhalte werden also im siebentägigen Rhythmus freigeschaltet und bauen aufeinander auf. Dies wurde so gelöst, damit man jede Woche bearbeitet und nicht mitten in der dritten Woche anfängt. So können Schwierigkeiten beim Nachvollziehen vorgebeugt werden. Beim Betreten des Mitgliederbereichs wird man mit einem Willkommensvideo begrüßt, welches einem die Struktur des Großes aufzeigt. Im oberen Reiter findet man dann Woche 1 bis 4. Jede Woche besteht aus sieben Lektionen, sodass man insgesamt auf 28 Lektionen kommt. Neben diesen gibt es noch diverse Bonusinhalte, die stetig aktualisiert werden. Woche 1 befasst sich also mit den Grundlagen. Dabei spielt unter anderem die eigene Person eine wichtige Rolle. In einem Video wird darauf eingegangen, dass man sich selbst erfolgreich vermarkten muss, damit man Kunden gewinnen kann. Weitere Themen sind die Ersterstellung einer Landingpage, eines WordPress-Blogs und welche Plugins man zu weiteren Einrichtungen benötigt. In der zweiten Woche geht es weiter mit technischen Programmen, die man braucht, um erfolgreicher Marketer zu werden. Hier wird anhand eines Praxisbeispiels das Aufziehen an der Landingpage verdeutlicht, mit Hilfe von Optimized Press. Man wird Step-by-Step von der Einrichtung bis hin zur Veröffentlichung der Landingpage begleitet. Außerdem wird gezeigt, wie man sein E-Mail-Marketing-Programm hinterlegt und wie man einen Autoresponder einrichtet. Soweit ein kleiner Geschmack auf den Inhalt. Unter Downloads findet man dann noch die Tools, die Matthias Hack im Kurs selbst verwendet hat. Die kann man einfach herunterladen und installieren, ohne selbst im Internet erst danach suchen zu müssen. Wenn der Kurs überarbeitet wurde oder zusätzliche Bonus-Inhalte hinzugefügt wurden, so kann man dies unter Updates einsehen. Mit dem Partner-Programm kann man den Kurs weiterempfehlen und noch eine Provision einstecken. Dafür muss man sich bei Digistore24 anmelden, da der Kurs dort vertrieben wird. Es werden dir einige personalisierte Werbemittel zur Verfügung gestellt, so dass man direkt als Partner durchstarten kann. MLM-Inbound-Profi-Review – Meine MLM-Inbound-Profi-Erfahrungen Der Kurs von Matthias Hack ist sehr umfangreich und ideal geeignet für Menschen, die das Multi-Level-Marketing wirklich aktiv betreiben wollen. Man weiß genau, was man machen muss, damit man stetig neue Kunden anwerben kann. Die Methoden werden so gezeigt, dass man auch als blutiger Anfänger mithalten kann. Die Videos sind sehr ausführlich und verständlich. An manchen Stellen hätte ich mir gewünscht, dass es etwas schneller vorangeht, da ihr manchmal wirklich etwas langsam spricht. Da die Videos über YouTube gehostet werden, kann man aber entsprechend vorspulen, wenn die Geduld ausgeht. Man bekommt hier für 67€ das Wissen an die Hand, was man braucht, um sich ein lukratives Netzwerk aufzubauen und damit eine nette Einkommensquelle nebenbei oder hauptberuflich. Wenn man die Voraussetzungen erfüllt, kann man mit MLM viel Geld verdienen und das von zu Hause. Dafür sollte man aufgeschlossen sein, den Kontakt mit Kunden nicht verabscheuen und bereit sein, viel Zeit am Computer zu verbringen. Von mir bekommt der Kurs definitiv eine Empfehlung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bebettet dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de